Hallo Leute, und nun geht's weiter beim internationalen Frauenboxen des KSC Benzheim. In der roten Ecke für Inbüren, Eifena. Und in der blauen Ecke für Jog Verbon Boxen aus Holland, Linda Ohms. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert uns an Kanal an. Euer Team von Partnern und der Verwaltner. Und in der roten Ecke. Und in der roten Ecke. Und in der roten Ecke. Und währenddessen wird die Tauben nach oben drin. Und in der roten Ecke. Und in der roten Ecke. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja auch gut. Ja, ja. Gut, gut. Let's win. Ja, ja. Ja, ja. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Muss, Das ist mein Mann. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.